An dieser Stelle möchte ich Sie auf ein Denkmal hinweisen, das man leicht übersehen kann. Bitte schauen Sie durch die in den Boden eingelassene Glasplatte. Können Sie erkennen, um was es sich handelt? Sie blicken in einen kahlen weißen Raum mit leeren Bücherregalen an den Wänden. Er erinnert an einen der düstersten Tage der deutschen Geistesgeschichte. Am 10. Mai 1933 fand auf dem Bebelplatz die Hauptinszenierung einer groß angelegten Bücherverbrennung statt. Nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen deutschen Städten plünderten Horden der nationalsozialistischen Studentenschaft die Bibliotheken. Unter Beteiligung von Rektoren und Professoren wurden die Werke unliebsamer Autoren vernichtet. In Berlin wurde die Aktion von einer Hassrede Josef Goebbels begleitet. Zu den Geächteten gehörten Karl Marx, Sigmund Freud, Thomas und Heinrich Mann, Bert Brecht, Kurt Tucholsky und viele andere. Wie die Aufzählung zeigt, verbrannte man hier einen Großteil von Werken, die ohne Frage zum Kanon der deutschen Literatur gehören. Simpel wie wirkungsvoll gibt diese leergeräumte Bibliothek von Michael Ullmann 1994 geschaffen einen Denkanstoß.